Die Programmierung des menschlichen Geistes Eine ganz andere Ebene der Manipulation Ein programmierter Mensch tut unbewusst das, was andere von ihm wollen Ein eindrucksvolles Beispiel für die Programmierung des Menschen ist das Rauchen Ein Mensch, der Zigaretten raucht oder Alkohol trinkt, denkt, dass das seine eigene persönliche Entscheidung ist In Wirklichkeit ist das aber keineswegs seine eigene Entscheidung So ein Mensch ist lediglich ein Opfer von zynischen Interessen globalistischer Kannibalen Mit Hilfe von modernen Manipulationstechniken ist es gelungen, die halbe Welt zum Rauchen zu animieren Und den Verzicht auf die Zigarette extrem zu erschweren 1952 veröffentlicht das Zeitungsmagazin Reader's Digest in den USA Eine Reihe von Zeitungsartikeln unter der allgemeinen Überschrift Krebs aus der Packung Die die Leser in Angst und Schrecken versetzen Indem sie einen direkten Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs nachwiesen Die Panik in den Reihen der Raucher Führte zu einem massenhaften Verzicht auf die Zigaretten und andere Tabakprodukte Und in der Folge zu einem starken Umsatzrückgang der Zigarettenindustrie Aber die Tabakkonzerne ließen nicht lange auf sich warten Und haben zu einem hinterlistigen Trick gegriffen Sie haben das Rauchen angeblich sicherer gemacht Indem sie der Zigarette einen Filter hinzufügten Zu diesem Zeitpunkt ahnte niemand, dass das lediglich eine geschickt eingesetzte Marketingmaßnahme gewesen ist Der Filter wurde von den Tabakkonzernen lediglich als ein Mittel zur Selbstberuhigung der Raucher eingeführt Um alle potenziellen Kunden davon zu überzeugen Dass Zigaretten nicht nur sicher, sondern auch ein Symbol für Männlichkeit sind Startete Philip Morris eine Werbekampagne Mit dem Haupthelden, einem Cowboy, dem Bezwinger der Prärie Der erste Marlboro-Cowboy war David Miller Jr. Er verstarb 1987, nachdem er den Kampf gegen das Lungenemphyseum nicht mehr länger fortsetzen konnte Der nächste Präriebezwinger war David McLean Auch ihm konnte der Zigarettenfilter nicht helfen Er starb 1995 an Lungenkrebs Aber das Hauptsymbol dieser Marke war Wayne McLaren Auch er starb an Lungenkrebs und wurde nicht einmal 52 Jahre alt Und auch in seinem Fall war der Zigarettenfilter nutzlos Der Zigarettenfilter ist lediglich ein Instrument zur Manipulation des Bewusstseins des Menschen Eine Illusion des gefahrlosen Rauchens Es ist statistisch nachgewiesen, dass mit der Einführung des Zigarettenfilters Die Inzidenz an Lungenkrebs und anderen sogenannten Tabakkrankheiten Keineswegs zurückgegangen ist, sondern im Gegenteil sogar zugenommen hat Die Einstufung von Zigaretten in leichte, superleichte und in Nikotin und Tierreduzierte ist ebenfalls lediglich eine hinterlistige Manipulationsmethode die die Tabakkonzerne seit den 1980er Jahren aktiv anwenden Damit sollen vor allem junge Menschen und Frauen zum Rauchen animiert werden Diese Einstufung soll bei den Konsumenten den Anschein erwecken, dass das Rauchen jetzt sicherer wäre Anstatt komplett mit dem Rauchen aufzuhören, konsumieren die Menschen jetzt die vermeintlich in Anführungszeichen harmloseren Zigaretten Des Weiteren werden diesen sogenannten leichten und hochwertigen Zigaretten viele weitere Inhaltsstoffe zugesetzt, um beispielsweise den Brechreiz bei Kindern zu verringern um sie somit leichter an die Zigaretten gewöhnen zu können Eine mehrjährige Studie des Nationalen Krebsinstituts in den USA ergab dass sich die Zahl der durch Rauchen verursachten vorzeitigen Todesfälle durch die massenhafte Umstellung auf sogenannte leichte Zigaretten nicht verändert hat In den 1990er Jahren besteht die Marktentwicklungsstrategie der Tabakkonzerne darin Heranwachsende und junge Frauen zum Rauchen zu animieren Die Zigarettenschachteln bekommen eine attraktive bunte Verzierung für jeden Geschmack Das auffällige Design der Zigarettenpackungen soll jungen Menschen den Eindruck vermitteln dass das Rauchen von Zigaretten eine schicke und modische Angelegenheit ist und dass es zum modernen Leben dazugehört Der wichtigste Marketingkniff bestand jedoch darin, dünne Zigaretten auf den Markt zu bringen Millionen von Frauen haben sich zum Rauchen verführen lassen und haben dafür mit ihrer eigenen Gesundheit und mit der Gesundheit ihrer Nachkommen einen hohen Preis bezahlt Viele sind unfruchtbar geworden Eine weitere von den Tabakkonzernen auf gesetzlicher Ebene durchgesetzte Hinterlistigkeit ist dass auf der Zigarettenverpackung keine genaue Zusammensetzung der Zigaretten aufgedruckt wird Normalerweise befindet sich auf jeder Lebensmittelverpackung eine aufgedruckte Liste mit allen Bestandteilen des Produktes Aber nicht bei Zigaretten Insgesamt sind in den Zigaretten bis zu 4000 chemische Verbindungen enthalten Darunter Schwefelwasserstoff, Ammoniak, Kohlenmonoxid, Polonium, Dioxine und so weiter All diese Stoffe reichern sich im Körper an und verursachen Tumore Und radioaktive Stoffe wie Kaliumisotope, Radium und Schwermetalle wie Blei verursachen genetische Mutationen Diese gesamte Bestandteilliste wird durch das harmlose Wort TER ersetzt Die Zusammensetzung von Zigaretten ist eine verschwiegene und verborgene Information Wenn ein Raucher anfängt in einer Zigarettenfabrik zu arbeiten dann wird er in der Regel nach einigen Monaten komplett mit dem Rauchen aufhören wenn er zu sehen bekommt aus welchen Chemikalien die Zigaretten produziert werden Eines der größten Geheimnisse der Tabakkonzerne besteht darin den Zigaretten bestimmte Substanzen zuzusetzen die die Wirkung von Nikotin nicht abschwächen, sondern verstärken sollen Was genau sind das für Stoffe? Beispielsweise Harnstoff Harnstoff wird seit den 1950er Jahren in der Zigarettenherstellung verwendet Durch die Zugabe von Harnstoff wird das Nikotin viel schneller in den Blutkreislauf aufgenommen was für eine wesentlich schnellere Gewöhnung an die Zigarette sorgt und eine stärkere Abhängigkeit hervorruft Der Mensch wird regelrecht abhängig von den Zigaretten Das ist ebenfalls eine Drogensucht Der Tabakrauch enthält Nikotin Das ist ein Stoff, der süchtig macht Nikotin ist klassifiziert als eine Droge Man muss sogar sagen, dass das eine relativ starke Droge ist und genau deswegen werden Menschen davon abhängig Diesen Prozess bezeichnen sie als Verstärkung der Wirkung Dadurch erhöhen sie die Wirkung des Nikotins Dieser Film sorgte in den USA regelrecht für eine gesellschaftliche Explosion Die Handlung des Films Insider basiert auf einer wahren Begebenheit Als Grundlage für diesen Film diente ein Zeitungsartikel Der Mann, der zu viel wusste Jeffrey Weigandt, der entlassene Vizepräsident eines großen Tabakunternehmens verriet in diesem Artikel Berufsgeheimnisse wie Menschen durch die Zigarettenindustrie süchtig gemacht wurden Die chemischen Eigenschaften von Ammoniak werden in der Zigarettenindustrie ganz gezielt eingesetzt damit das Nikotin schneller in die Blutbahn aufgenommen werden kann Das wirkt sich sehr stark auf das Gehirn und auf das zentrale Nervensystem aus Die Tatsache, dass diese Stoffe den Zigaretten zugesetzt wurden löste in den USA einen breiten gesellschaftlichen Aufschrei aus Daraufhin wies ein Gericht die Tabakkonzerne an Herstellungsunterlagen zu veröffentlichen Aus den freigegebenen Dokumenten der Tabakkonzerne ging hervor dass insbesondere junge Menschen im Alter zwischen 14 und 24 Jahren das Geschäft von morgen sind und dass diese Jugendlichen das Ziel der Propagandamaschinerie und der Gewöhnungsmechanismen der Tabakkonzerne darstellen Diese Mechanismen wurden von den Tabakkonzernen speziell dafür erarbeitet um die Menschen von ihren tödlichen Produkten abhängig zu machen Wenn du erst einmal davon abhängig geworden bist, dann haben sie dich am Haken Warum wollen die Tabakkonzerne ausgerechnet junge Menschen zum Rauchen animieren? Nun, statistisch gesehen haben 80% aller erwachsenen Raucher mit dem Rauchen in ihrer Jugend angefangen Je früher ein Mensch mit dem Rauchen anfängt, desto stärker ist seine Abhängigkeit von den Zigaretten und desto schwieriger wird es für diesen Menschen sein, sich von dieser Abhängigkeit zu lösen Genau deswegen nehmen die Tabakkonzerne aktiv am sogenannten Kampf gegen das Rauchen der Jugendlichen teil Wir alle kennen solche Aufschriften wie Wir verkaufen Zigaretten nur an Personen, die älter sind als 18 Das ist Gesetz und wir halten uns dran Das ist ebenfalls ein hinterlistiger und billiger Marketing-Trick Zum einen lenkt man die Aufmerksamkeit der jungen Menschen auf dieses Produkt und zum anderen suggeriert man diesen Jugendlichen, dass das Rauchen von Zigaretten oder anderen Tabakprodukten ein Anzeichen dafür ist, dass man ein Erwachsener ist Das ist nichts anderes als gut maskierte Werbung Auf welche Weise kann man Jugendliche zum Rauchen animieren? Nun, indem man solche pseudoprophylaktischen Programme organisiert Eines von diesen Programmen heißt Meine Wahl Die Tabakkonzerne organisieren sogenannte prophylaktische Programme Sie kommen damit in die Bildungseinrichtungen und sagen den jungen Menschen, dass das Rauchen nur Erwachsenen vorbehalten sei Dass nur Erwachsene frei wählen können, ob sie rauchen oder nicht Ob jemand rauchen kann oder nicht, das ist die Wahl eines erwachsenen Menschen Ihr Kinder, ihr könnt diese Wahl noch nicht treffen Weil ihr noch zu klein seid Aber wenn ihr erwachsen werdet, dann könnt ihr wählen, ob ihr rauchen solltet oder nicht In solchen Bildungseinrichtungen sitzen aber bereits ausgereifte junge Menschen Und selbstverständlich denken sie folgenderweise Wir sind doch keine Kinder mehr Wenn die Entscheidung, ob ich rauchen kann oder nicht, das Anzeichen eines erwachsenen Menschen ist Dann bin ich doch schon erwachsen Mit solchen billigen psychologischen Tricks manipulieren die Tabakkonzerne das Bewusstsein der jungen Menschen Die Aufgabe solcher psychologischen Tricks besteht darin, junge Menschen unbedingt davon zu überzeugen Dass das Rauchen von Zigaretten ein Anzeichen dafür ist, dass man erwachsen ist Erwachsen, unabhängig und erfolgreich Obwohl statistisch gesehen in den westlichen Ländern der Prozentsatz der Raucher bei den Menschen mit großem und mittlerem Einkommen am geringsten ist Bei den Geringverdienern ist der Prozentsatz der Raucher am höchsten In Wirklichkeit gilt das Rauchen bei den wohlständigen Menschen als ein Anzeichen für Dummheit, Leichtsinnigkeit und Rückständigkeit Aber was ist das eigentlich für ein Produkt, welches uns die Zigarettenindustrie mit allen Mitteln andrehen möchte? Wir alle wissen im Grunde genommen, dass das Rauchen schädlich ist Aber was genau passiert dabei mit unserem Körper? Den ersten Schlag bekommen die Zähne ab Die Temperatur des eingeatmeten Zigarettenrauchs beträgt zwischen 60 und 80 Grad Celsius Während die Temperatur der Außenluft beispielsweise im Herbst etwa 5 Grad Celsius beträgt Der Raucher füllt seinen Mundraum abwechselnd mit heißem Zigarettenrauch und mit kalter Außenluft Infolgedessen wird der Zahnschmelz einer thermischen Wechselbelastung ausgesetzt Diese Temperaturschwankungen wirken sich stark auf den Zahnschmelz aus und führen zur Bildung von Mikrorissen Um dies zu veranschaulichen, wollen wir ein einfaches Beispiel aus der Geschichte heranziehen In alten Zeiten, wenn unsere Vorfahren einen großen Stein von einem Feld entfernen wollten Haben sie diesen Stein zuerst erhitzt und dann mit kaltem Wasser übergossen Der Stein bekam durch den plötzlichen Temperaturwechsel Risse und platzte auseinander Auf dieselbe Weise bilden sich Mikrorisse auf den Zähnen, die wiederum ein Einfallstor für Mikroorganismen darstellen Eine Schädigung des Zahnschmelzes führt zur Ablagerung von Tabakter, der den Zahnschmelz erst gelblich und dann immer dunkler werden lässt Die Farbe der Zähne eines Rauchers verändert sich in der Regel schleichend, ohne dass der Raucher es überhaupt bemerkt In der Mundhöhle entsteht ein unangenehmer Geruch, der im Gespräch mit dem Raucher wahrgenommen werden kann Viele Raucher versuchen, ihre Zähne aufzuhellen, manchmal mit extremen Methoden, die den Zustand des Zahnschmelzes nur noch verschlechtern Vom Mund aus gelangt der Tabakrauch in den Kehlkopfraum Der Zigarettenrauch enthält mehr als 50 krebserregende chemische Verbindungen Der Kehlkopf wird durch diese Chemikalien in Mitleidenschaft gezogen und es entstehen Tumore im Kehlkopf Oft zeigt sich der Kehlkopfkrebs überhaupt nicht, er ist asymptomatisch Das ist seine Heimtücke Erst mit der Zeit stellt sich beim Schlucken das Gefühl eines Fremdkörpers ein Dies wird von zunehmenden Schmerzen begleitet Der Schmerz wird nach und nach unerträglich Ich habe auch immer gedacht, dass das nur andere Menschen betrifft, aber nicht mich Aber im Alter von 28 Jahren diagnostizierten die Ärzte bei mir Kehlkopfkrebs, verursacht durch Rauchen Ich dachte zuerst, ich hätte eine Erkältung und lediglich meine Lymphknoten hätten sich entzündet Aber bei der Untersuchung hat sich gezeigt, dass es sich um einen Tumor handelt Ich weiß, dass die Überlebensrate bei der Diagnose dieser Krankheit sehr gering ist Wenn die Ärzte nicht gewesen wären, dann wäre ich jetzt nicht mehr am Leben Dann gelangt der Tabakrauch in die Lunge In der Lunge gibt es etwa 650 Millionen Lungenbläschen Die für die Sauerstoffversorgung des gesamten Körpers verantwortlich sind Wenn der Tabakrauch in die Lunge gelangt, verstopfen die Lungenbläschen mit Teer und Giftstoffen Und stellen ihre Funktion ein Infolgedessen reichern sich die Karzinogene aus dem Tabakrauch an Was zu einem unumkehrbaren Prozess der Zellzerstörung führt Es entsteht ein bösartiger Tumor Man muss auch noch bedenken, dass der Zigarettenrauch die Giftwirkung anderer schädlicher Komponenten um ein Vielfaches verstärkt Die Abgase des Autoverkehrs und die Industrieabgase werden für den Raucher noch gefährlicher, als sie es ohnehin schon sind Das Schlimmste daran ist, dass man Lungenkrebs bekommen kann Wenn man einfach nur dem Tabakrauch von außen ausgesetzt wird 85% des Zigarettenrauchs sind für das bloße Auge unsichtbar Beim Rauchen wird viel davon in die Umwelt abgegeben Wo es von Nichtrauchern, sogenannten Passivrauchern, eingeatmet wird Wissen Sie, ich habe festgestellt, dass Menschen, die rauchen, schreckliche Egoisten sind Schreckliche Egoisten Denen sind die Menschen um sich herum absolut egal Nicht einmal auf ihre Kinder nehmen sie Rücksicht Wenn er gerade das Verlangen nach einer Zigarette hat Dann zündet er sich eine an, wie ein Drogenjunkie Und der Rauch von qualmenden Zigaretten enthält eine noch höhere Konzentration an Schadstoffen als der Rauch, der beim Ziehen einer Zigarette entsteht Es enthält zum Beispiel dreimal mehr Benzopyren, die stärkste krebserregende Verbindung Und 50 mal mehr Nikotin Das liegt daran, dass die Verbrennungstemperatur einer Zigarette beim Qualmen um eine Größenordnung niedriger ist als beim Ziehen Wenn Sie in Ihrer Familie auch noch Kinder haben, dann vergiften Sie Ihre Kinder gleich mit Das ist den meisten Menschen nicht bewusst Wenn ein Kind in einer Wohnung lebt, in der ein Familienmitglied täglich eine Schachtel Zigaretten raucht entspricht die Nikotinmenge in seinem Körper der von 2 bis 3 Zigaretten Kinder, die dem passiven Rauchen ausgesetzt sind, haben ein um ein Vielfaches höheres Risiko einer Lungenunterentwicklung Und sie haben ein höheres Risiko, an Infektionskrankheiten wie Bronchitis zu erkranken Wenn in einer Familie ein Elternteil raucht, dann werden etwa 60% der Kinder öfters krank Wenn beide Eltern rauchen, dann werden in solchen Familien praktisch alle Kinder öfter krank Passiv Rauchen ist eine der Ursachen für Asthma bei Kindern Etwa 30% der Asthmafälle bei Kleinkindern sind die Folge von Passiv Rauchen Jeden Tag werden 80 Millionen Menschen in unserem Land zum passiven Rauchen gezwungen Dabei handelt es sich vor allem um Frauen und Kinder Rauchen beeinträchtigt nicht nur unsere inneren Organe, sondern auch unser Aussehen 1985 wurde in der Fachzeitschrift British Medical Journal erstmals der Begriff Gesicht eines Rauchers geprägt Das Gesicht eines Rauchers ist gekennzeichnet durch eine gelbliche Hautfarbe, brüchiges, schwaches Haar, schlaffe Haut Unter dem Einfluss von Nikotin und anderen Bestandteilen des Zigarettenrauchs kommt es zu Gefäßverkrampfungen Die kleinen Blutkapillare, die die Haut versorgen, verstopfen Die Hautzellen leiden an Sauerstoffarmut und die Haut nimmt eine gelbliche Färbung an Wenn eine Frau Raucherin ist, dann kann man das vom Weiten sehen Sie bekommt eine krankhafte Gesichtsfarbe, die Zähne werden gelblich, die Finger ebenfalls und kleine Gefäße im Gesicht und in den Beinen werden sichtbar Die Versorgung des Haares mit Vitaminen und Mineralien wird beeinträchtigt wodurch es spröde und stumpf wird Das Rauchen von nur einer Zigarette verengt die Blutgefäße für eineinhalb Stunden Das bedeutet, dass ein Mensch, der alle eineinhalb Stunden raucht einen permanenten Sauerstoffmangel in seiner Haut verursacht Das Rauchen verringert die Menge des Kollagens Die Haut ist nicht mehr so elastisch und fest und wird schlaff Das äußere Erscheinungsbild so einer Frau verschlechtert sich immer weiter und entfernt sich von dem der Models aus der Zigarettenwerbung Und das macht sie selber mit ihren eigenen Händen indem sie damit die Zigarette anzündet und anschließend konsumiert Aber wenn sich manchmal Falten und Hautfarbe mit viel Make-up und ein unangenehmer Geruch mit einer großzügigen Dosis Parfüm vorübergehend kaschieren lassen so gibt es gesundheitliche Folgen, die sich nicht verbergen lassen Es ist eine Tatsache, dass eine Frau, die raucht in den Augen eines Mannes nicht attraktiv aussieht Ein richtiger Mann hält so eine Frau für leichtsinnig und unverantwortlich und würde mit so einer Frau niemals eine ernsthafte Beziehung eingehen geschweige denn eine Familie mit Kindern gründen Innerhalb einer Minute nach Beginn des Rauchens verursacht Nikotin schwere Gefäßkrämpfe Die Zellen der Gefäßwände werden mit Sauerstoff unterversorgt Es kommt zu einer lokalen Gewebe-Nekrose einem Zelltod Um diese Löcher zu schließen bilden sich Wucherungen im Inneren der Blutgefäße Mit der Zeit vergrößern sie sich und führen zu einer teilweisen oder vollständigen Verstopfung In der Medizin wird das als Arteriosklerose bezeichnet Es verursacht viele Krankheiten Herzinfarkte, Schlaganfälle und verödende Arteriosklerose Dies führt zu einer schweren chronischen Erkrankung der obligativen Endarteritis Der Mensch hat ständig kalte Füße, fängt an zu humpeln bekommt plötzliche starke Schmerzen und schließlich Gangrene, Blutvergiftung und Amputation Aus diesem Grund starb einer der besten Torhüter des Weltfußballs der sowjetische Fußballer Lev Jaschen Das war einer der besten Torhüter des 20. Jahrhunderts unser Torhüter Aber die meisten Fans des Fußballclubs Dynamo wissen überhaupt nicht, woran er gestorben ist Zuerst musste ihm wegen des Rauchens ein Bein amputiert werden und als sich an seinem anderen Bein Wundbrand bildete konnte er nicht mehr gerettet werden Statistisch gesehen leidet einer von sieben Rauchern am Absterben der unteren Gliedmaßen Leider wird vielen Rauchern erst nach der Amputation klar wie ernst die Warnungen der Ärzte gemeint waren Der Tabakrauch enthält mehr als 50 toxische Verbindungen die Mutationen, das heißt irreparable genetische Schäden an Zellen verursachen Je mehr Zigaretten geraucht werden desto mehr Giftstoffe sammeln sich im Körper an unter anderem in den Eierstöcken von Frauen und in den Hoden von Männern Die Eizellen bei einer Frau werden noch gebildet bevor sie als kleines Mädchen geboren wird Und wenn diese Eizellen durch Giftstoffe geschädigt werden dann wird das zu einem unumkehrbaren Schaden denn es werden keine neuen Eizellen produziert Aus diesem Grund führt Rauchen häufig zu Unfruchtbarkeit oder zur Geburt kranker Kinder Das Risiko, kranke, schwache, frühgeborene oder missgebildete Kinder zur Welt zu bringen steigt bei einer Raucherin um ein Vielfaches Mutationsfördernde Rauchverbindungen schädigen auch das Spermien-Genom irreversibel Im Laufe der Zeit nimmt die Zahl der Spermien mit geschädigter DNA-Struktur zu da neue Spermien durch Spaltung, das heißt durch Duplizierung der vorhandenen Spermien gebildet werden Die moderne Molekularmedizin sagt ganz deutlich dass die Gene eines Menschen ein sehr komplexer und filigraner Mechanismus sind Hunderte von verschiedenen Genen sind für das Wachstum und für die stabile Entwicklung von Organen verantwortlich und durch die Zigarettentoxine werden Dutzende oder Hunderte Gene einfach ausgeschaltet Die Tatsache, dass Zigaretten genetische Waffen sind war vielen einflussreichen historischen Persönlichkeiten bekannt Adolf Hitler beispielsweise war in seiner Sorge um die Erhaltung des Erbguts seiner Nation ein glühender Kämpfer gegen das Rauchen und erklärte es zum Feind der Gesundheit und der Zukunft Deutschlands Für die eroberten Gebiete verfolgte er jedoch eine ganz andere Politik Im Jahr 1942 auf dem Höhepunkt der kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Gebiet unseres Landes formulierte Hitler die sogenannten Grundsätze der Besatzungspolitik in den eroberten Ostgebieten In seiner kurzen Richtlinie schrieb er nur drei Sätze Es ist notwendig das Intellekt der Slaven auf die Gebärdensprache zu reduzieren Keine Hygiene, nur Wodka und Tabak Hitler wusste, dass Wodka und Tabak die von ihm gehassten Slaven in einer Generation auslöschen würden ohne den Einsatz von Waffengewalt Das Erstaunlichste daran ist, dass dieser Plan auch heute noch erfolgreich umgesetzt wird und das sogar im größeren Umfang, als Hitler es sich hätte jemals vorstellen können Nach Angaben des russischen Gesundheitsministeriums sterben jedes Jahr 400.000 Menschen vorzeitig an Folgen des Rauchens Das sind über 1000 Tote pro Tag Das heißt, jeden Tag werden drei Armeeregimente, so ganz ohne den Einsatz von Bomben oder anderen Kampfmitteln vernichtet Ist das viel oder wenig? Nun, ich kann Ihnen sagen, dass die reguläre Stärke einer Armeedivision 10.000 Mann beträgt Das heißt, 40 Divisionen werden pro Jahr in unserem Land durch Tabak vernichtet Russland steht in der Welt auf dem traurigen Platz 1, was den Anteil der Raucher in der Bevölkerung ausmacht Im Jahre 2012 wurden in der Region Kazan die meisten Geburten registriert Und von allen neu geborenen Kindern waren lediglich 1,4% vollkommen gesund zur Welt gekommen Ganze 11% der Kinder kamen entweder missgebildet oder mit ernsthaften gesundheitlichen Schäden zur Welt Selbstverständlich kommen sehr viele kranke Kinder zur Welt Wie soll es auch anders sein? Denn die Eltern ruinieren sich vorher ihre eigene Gesundheit durch Zigaretten und Alkohol Statistisch gesehen stirbt jeder vierte Raucher vorzeitig an den Folgen der Vergiftung seines Körpers So einen vernichtenden Krieg gegen unser Land hat Russland in seiner Geschichte noch nicht gekannt Dieser heimtückische Krieg hat unser Land in den letzten 40 bis 50 Jahren an den Rand des Abgrunds geführt Wir bekommen oft zu hören, dass einer der Gründe für die Zunahme des Rauchens angeblich die übermäßigen Gewinne des Staates sind Ist das wahr? Sicher, die Einnahmen aus der Besteuerung von Tabak- und Alkoholprodukten sind beträchtlich Aber die Verluste sind um ein Vielfaches höher Nach Angaben des russischen Gesundheitsministeriums beliefen sie sich im Jahr 2012 in unserem Land auf 1.200.000.000.000.000 Rubel Dies entspricht dem zehnfachen Betrag der eingenommenen Steuern Mit anderen Worten, der Staatshaushalt erhält einen Rubel und verliert im Gegenzug zehn Rubel Das, was der Staat durch die Steuereinnahmen bekommt, reicht nicht einmal, um all die Menschen, die durch das Rauchen zu Schaden gekommen sind, auch nur ansatzweise medizinisch zu versorgen Wer also profitiert von diesem perversen Geschäft? Nun, 97% der Tabakproduktion in Russland befindet sich in der Hand ausländischer Unternehmen Die Japaner beispielsweise mit Japan Tabako produzieren in unserem Land Zigaretten wie LD, Peter I., Russian Style, Nasha Prima und Bilamor Canal Der Jahresumsatz dieses Unternehmens beträgt 42 Milliarden US-Dollar Der Hauptaktionär und Eigentümer ist die japanische Regierung Japan ist übrigens eines der Länder, in denen es die wenigsten Raucher gibt Bis 2040 ist dort ein vollständiges Rauchverbot geplant In Russland dagegen sterben jährlich 400.000 Menschen an den Folgen des Rauchens Das entspricht der Bevölkerungszahl einer mittelgroßen Stadt Ich denke, dass zum heutigen Tag die gesamte Tabakindustrie in unserem Land den ausländischen Unternehmen gehört Entweder direkt oder über Drittfirmen Das heißt, alle Gewinne aus diesem tödlichen Geschäft gehen ins Ausland Und die Krankheiten und Todesfälle bleiben bei uns Ein tolles Geschäft, nicht wahr? Der Zynismus der Menschen, die unsere Mitbürger zum Rauchen animieren wollen Wird von einem ehemaligen Vertriebsmitarbeiter eines großen Tabakunternehmens gut veranschaulicht Beim Vorstellungsgespräch sagte mir eine Bewerberin Ich hasse Menschen, genau deswegen werde ich ihnen Zigaretten verkaufen Damit sie früher abkratzen Ich war regelrecht erschrocken von so einer Aussage Aber ich dachte mir, eigentlich ist sie mit dieser Geisteshaltung eine vielversprechende Mitarbeiterin Also habe ich sie eingestellt Alle Tabak- und Alkoholkonzerne wissen ganz genau, dass sie mit ihren Produkten Menschen verkrüppeln und ermorden Oft werden denjenigen, die mit dem Rauchen aufhören wollen, falsche Alternativen angeboten Wie beispielsweise die E-Zigarette Die Hersteller behaupten, dass ihr Produkt den Menschen helfen würde, mit dem Rauchen aufzuhören In Wirklichkeit ist das jedoch nicht der Fall Schließlich enthalten E-Zigarettenpatronen immer noch Nikotin und krebserregende Stoffe In der Realität ist das nur ein weiterer Trick, um die Menschen beim Rauchen zu halten Eine weitere, vorsätzlich falsche Alternative ist die Wasserpfeife Oft wird angenommen, dass es sicherer ist, eine Wasserpfeife zu rauchen, als normale Zigaretten Stimmt das wirklich? Nun, es stimmt zwar, dass sich beim Rauchen der Wasserpfeife ein Teil des Teers und des Nikotins im Wasser ablagert Aber das Volumen des in die Lunge eingeatmeten Rauchs ist 100 bis 200 Mal größer, als das Volumen des eingeatmeten Rauchs einer Zigarette Dazu gehören Kohlenmonoxid und viele andere Gifte, die vom Wasser nicht gefiltert werden können Das Einatmen des Rauchs beim Rauchen einer Wasserpfeife erfordert erheblich mehr Aufwand Die Lunge wird weiter geöffnet und der Rauch verschmutzt die am weitesten entfernten Teile der Lunge Die wirksamste und mächtigste Manipulation des menschlichen Bewusstseins ist jedoch die versteckte Werbung in Filmen und im Fernsehen Eine Studie hat ergeben, dass jeder zweite junge Mann und jede zweite junge Frau durch die Nachahmung von Fernseh- und Filmfiguren mit dem Rauchen begonnen hat Die Filmindustrie prägt schon seit langer Zeit die Verhaltensmuster von Menschen Rauchende Filmhelden werden für viele Menschen zu einem Beispiel dafür, wie sich ein vermeintlich echter Mann verhalten sollte Oder wie eine vermeintlich attraktive Frau aussehen sollte Alle Szenen im Film, in denen geraucht wird, werden von der Zigarettenindustrie im Rahmen von Werbeverträgen finanziert Diese Schleichwerbung ist vor allem auf junge Zuschauer ausgerichtet Denn sie sind das Geschäft von morgen Ein junger Mensch, der bestimmte Bildnisse in sein Bewusstsein eingetrichtert bekommt, lässt sich durch nichts aufhalten Alle Warnungen bezüglich Lungenkrebs, Herzinfarkt oder Amputation werden von ihm ignoriert Denn die rauchenden Haupthelden seiner Lieblingsfilme sehen alle gesund und attraktiv aus Er versteht nicht, dass diese Schauspieler im echten Leben eine gesunde Lebensweise führen Daniel Craig sagt, ich rauche nicht, das Rauchen ist eine gefährliche und dämliche Angewohnheit Sarah Jessica Parker sagt, ich trinke keinen Alkohol und rauche nicht Ich bin Mutter von drei Kindern, ich gehe joggen, fahre mit dem Rad und nehme Yoga-Unterricht Hugh Jackman führt ebenfalls eine gesunde Lebensweise Er raucht nicht, treibt Sport, spielt Rugby und Golf, geht schwimmen und fliegt Segelflugzeuge Es sei angemerkt, dass die Alkohol- und Tabakkonzerne mit die ersten waren, die das Product Placement in Filmen und Fernsehserien als verdeckte Werbung für sich entdeckt hatten Genau deswegen werden Filme und Serien regelmäßig mit Szenen, wo Alkohol und Tabak konsumiert werden, gefüllt Viele beliebte Jugendfernsehserien werben heimlich für das Rauchen Im September 2011 wurden von unabhängigen Experten 163 Rauchsszenen in solchen Serien ermittelt Spitzenreiter bei der Anzahl der Rauchsszenen war die Fernsehserie Physik oder Chemie 49 Szenen mit Rauchen in einem Ausstrahlungsmonat Die Zielgruppe sind junge Menschen im Alter von 12 bis 16 Jahren Das Interessante ist jedoch, dass fast niemand, der mit dem Rauchen begonnen hat, sich dessen bewusst ist, dass er unter dem Einfluss von Schleichwerbung mit dem Rauchen begonnen hat Junge Menschen versuchen fast immer den Haupthelden ihrer Lieblingsserien nachzueifern Aber im Gegensatz zu diesen Serien, wo das Szenario komplett ausgedacht ist, ist das echte Leben real Und es lässt sich nicht einfach so umschreiben Die Folgen des Zigarettenkonsums zerstören reale Menschenleben Mit Hilfe von Manipulationstechniken hat die Zigarettenindustrie uns zum Rauchen animiert Wir wurden auf hinterlistige Weise gezwungen, unser Geld für die Zerstörung unserer Gesundheit und unseres Schicksals auszugeben Und jetzt, wenn Ihnen jemand sagt, dass das Rauchen von Zigaretten ausschließlich Ihre eigene Wahl sei Denken Sie gut über diese Aussage nach Vielleicht hat dieser jemand diese Wahl für Sie bereits getroffen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020